Wir probieren das jetzt einfach mal mit der totalen Stille. Also auch nix schnippi. Schnippi machen gar nix. Einfach ganz, ganz still. Zweieinhalb Minuten. Geliebte D-Mark, 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 D-Mark. Die D-Mark, 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 D-Mark. Er geht in die Bank, ist ohne in der Hand, er sagt vielen Dank und springt los mit seinem Huhn. Er sitzt im Bundestag und wartet auf Spenden. Die richtige Entscheidung wird das Vordersteil beenden. Die mag ich De-Müse? Und sind die Taschen leer? Da musst du leer? Die mag ich De-Müse? Die mag ich De-Müse? Er bleibt mit seinem Kahn auf dem Reil, die Firmenatung sagt er, kippen sie es rein. Er weiß, dass sie stinkt und mancher Fisch ertrinkt, Chemie ist halt so bischig, weil sie auch ins Letzte. Und nur manche D-Mark-Mark, 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 D-Mark-Mark. Sind die Taschen leer, da musst du her, geliebte D-Mark-Mark, D-Mark-Mark. Er wird jetzt Guru, er sucht noch jünger, denn seine Kuh-Demis gibt es natürlich. D-Mark-Mark, 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 D-Mark-Mark. Sind die Taschen leer, da musst du her, geliebte D-Mark-Mark, D-Mark-Mark. Ein Kamel kommt leichter durch ein Nadelöhr als ein reicher in den Himmel. Das hat nicht etwa der Papst gesagt, nein, er steht auf seinem Herbstständen. D-Mark-Mark, 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 D-Mark-D-Mark, 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 D-Mark Vielen Dank.